Mein Name ist aufguessend. Guten Morgen. Guten Morgen. Herzlich willkommen. Ich bin ganz klar im Kaffee, was wir hier haben, in der Sonnenschläge. Wir haben uns heute schon gekauft. Im Wittfall Kita-F Bradley-1, Vers 3, von Gott an den Herrn Jesus Christus, und seinen Vorrang erinnern, weil seine Mitglieder wir so geraut werden, dass er uns nie geboren hat, dass er eine lebende Hoffnung durch, dass er Jesus von dort abwirkt. So, es ist mir wichtig für die Bibel-Forschung, wenn es Gott nicht genug ist, wird es so groß, dass er uns nie geboren hat, dass er eine lebende Hoffnung durch, dass er Jesus von dort abwirkt. Du willst, dass er eine lebende Hoffnung von dem Herrn hier hat. Und wenn wir denken nun, Jesus ist von dort abgestoßen, über 2000 Jahre 3, dass Jesus von dort abgestoßen, und wir können von demnach haben wir den Tag, dass wir dort sein können, dass wir kein lebende Hoffnung haben. Und hier so, wenn wir hier so in Matthäus, Kapitel 27, du, der ich treu saßt, der ich saßt, der ich saßt, du lesst dann, du, in den ersten Tag, du, einmal, der vorsehende Schäfte, der vorsehende Schäfte, wo Jesus gesagt hat, er würde, er würde am dritten Tag von dort abgestoßen. Und dann, diese Dinge hier sollen ja sagen, hey, die habe ich gesagt, er wird abgestoßen, das ist Schwindler, sagte du, der wird abgestoßen am dritten Tag. All diese Dinge hier sicher merken, das ist Jesus, der wird nicht abgestoßen. Die wollen extra Dinge, die abgestoßen, die dritten wollen abgestoßen, das ist Jesus, der wird nicht abgestoßen, das wird gesagt haben, die wollen sie versichern. Aber was passiert hier? Die will nur, die posten ab. Wer wird die Steuern weich gehalten? Die wird angeschluckt. Wenn es gerade seine Kraft wird, wird es so, sehr graut, dort, das sind Menschen, die schläuten, ja. Die haben gar nicht die Kraft, die können abbleiben, nur. In der Steuern weich gehalten. Ich will noch ein paar Falschen lesen, in Matthäus 28, Vers 11, du hast dich früher in den Kopf gekommen, dann ist er weich gehalten, dort ist Jesus nicht du erst. Und dann ist er früher in den Kopf gekommen, dann wird das einer von dir, wo du bei dem Kopf gewerkt hast, wird er Busen gestoßen, dann sagt er, der wird die Höhenpriester beruht, und der Älteste nur, sagt er, das Jesus hast du nicht, das ist abgestoßen. So, und dann sagt das Älteste, dann sind sie sich beruht, und wo waren wir nicht da mit denen, wo waren wir nicht da mit dieser Sache, wo wir gravieren oder was anderes waren, wo waren sie vielleicht viel Arie haben. Dann sagt er, hey, ich würde Geld geben, Geld, Geld. So, ja, und dann bräuchten sie zusammen Geld, und dann kann sie, dann sagt er wieder, ich war der Falschen zu lesen, von Aufdeck 15. Und aus der Frühstück gingen, so fand ich, du warst, und ich stod, und der Wachter, und der Steine, und aus der Frühstück gingen, gingen so einer von der Wachter und in der Stau, nahm, und seit der Höhenpriester, alles, was geworden wird, und aus der mit der Ältesten beruhten, die zu tunen wird, geben sie der Soldaten ein großes Geld in Säden. So, die Menschen, seine Gänge, kamen dann nach, und wir schleubten in den Stuhlen am Wach. So, da wurde, das Reden hier, über das wird, sie nicht haben einen Wacherstuhl. Das hätte nicht können sein, dass wir dort abgestuhlen. Und dann sagt er wieder, und wenn die Gavirno dort war, die Hähne kregen, da war die dann zufrieden, da war die nicht in Trübel gekommen. Da nahmen sie das Geld in deinem Krieg, was angesagt wurde. So, die Hähne, die Hähne hieß, ich nicht putze, das Geld, wollte nehmen, Opa, wenn sie, wann ich die Gämpfe habe, wo ich den Gavirno kann, der Fritz stauen, dann, oh ja, 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 I need some money. Aber ich denke mal, Luther, sie haben das Geld genügend, und Luther hat sich gesagt, es ist abgestimmt, und dann hat sie gedacht, hey, I want my money back, because I give you so much money, und wenn ich mein Geld nach Treffi dann ist das abgestimmt, das ist auch abgestimmt von dort. So, dort waren die Dankesfleisch sein, bis der ich und ich, hey, vielleicht werde ich mir Geld noch zurückgeben. Aber, ich habe mir eine Botschaft geteilt, wir haben eine lebende Hoopning. Das, wo ich mein Titel genommen habe, ich will den Tagsweg von dem, wie ich Hebraeer Saas nehme, Hebraeer Saas Vers 13 durch 20. Hier in Hebraeer Saas, in der ersten Frage, wo ich rede von, wir wollen nicht an der Bekehrung stehen bleiben, wir wollen verweichern, wir wollen nicht stehen bleiben, wo wir sind. In der nächsten Frage, in der nächsten Frage, in der nächsten Frage, du merkst, die Maut, die sollen Maut merken, die sollen durchholen, die sollen den Glauben nicht abgeben. Dann Vers 13, Gott hält sie in Versprechen. Ich habe das Lesen von Abraham, Gott hält sie in Versprechen, durch die Erde, und ich werde hier das Lesen von 13 durch 20. Aus Gott, Abraham, das Versprechen, geäufe haben, dort mit den Eid, und will es heute, dort Eid, wie können Grata merken können, wie heute, wie sich selbst, und sehr, ganz wirklich, auch weil die Sehnen, in die Meier wurden, lüten, und Abraham war auch geduldig, und so kriege heute, wo dann Versprechen wird. Menschen müssen in Eid, besöhnen, die Grata sind, aus sich selbst, und dort Eid, aus einer starke Bestätigung, und mir tut euch alle Stilie in Eid. Du, wenn Gott und das Versprechen bekäuft, dich mit den Eid, du, weil heute, die Oben von seinen Versprechen dort, und das Klo merken, dort, das Grundsache so blieben wurde. So sind auch die Feuerländer nicht anderen, weil es das allmählich dort Gott liehen wird, wo man wie viele Maut nehmen kann, in eine Hübnung zu holen, der uns angeboten ist. Diese Hübnung haben wir als ein foste Anker von der Säule, und dort geht bei den Hängenden Verhang im bannischen Herrlichstum, der himmlische Tempel. Das ist Jesus für uns in Anselstir angekommen, als Hübepriester für alle Eifelkeit in der Ordnung von Melchizedek. Und so wird. Hierzu haben wir diese Forschen hierzu verlesen, wenn wir hierzu denken in Hebräer, wo es sagt, in der 13 Forsche ein Gott aus Gott Abraham verspäckte Gott mit Eid, und will er wie kein grater Mück er besitzt. Ich kann sagen, wenn Gott merken können, Gott er wie sich selbst. Wenn wir sagen, wie Israel wurde in Ägypten in der Wildnis und Gott hat das verspäckte nicht holen können. Ich kann nicht sagen, ich promise you Gott von dem Unfall leben. Ich promise you. Das ist ein Denk, was wir nicht tun. Wir sollen nicht Gott promisen. Wir sagen, so kommen Menschen, wir können nicht holen. Wir wollen Jesus in den Fall sein. was Jesus will haben. Läu Jesus sind in dem Fall der sein. Okay, von nu an, von wir alle hier haben, von Ställe Friedach, haben die Kirchung Botschaft gehört, wir haben alle sein, was Jesus geladen haben. Von nu an, weil ich das promis, ich will leben für Gott. Das wollen wir nicht tun. Wir wollen in dem Fall Jesus sein, und das verlangt. Menschen können das nicht holen. Wenn wir sagen, wir haben es gepromisst, ich habe es von Friedach gepromisst, von nu will ich leben. leben. In den Kleinen ist wieder und sagen ich bei dem Weg wurde geschaffen und habe gesagt, ich habe etwas gebraucht. Ich habe die promisst, das will ich nicht tun. Ich gebraucht. Ich sage, es ist schwierig, nicht? Das hält ich nicht mit mir. Es ist sehr wichtig, wenn die promissten Sachen an kommen hat. Aber wird unser Gäuse nicht genug leben. Und hier kann hören, in den 13 Versch haben wir wie sich Salz. Wenn es wie Menschen so kommen können, wir können es nicht holen, wir können es nicht Salz. Und dann saß hier und sage ich, Menschen mögen ein Ed wie Sonnen der Grat sein und sei Salz. Und Ed ist eine starke Bestätigung und merkt durch alle Striderie in Eng. So hier kann wir Menschen die Proben und Ed merken wie Sonnen Grat sein und Salz. Und in Ed sagt es eine starke Bestätigung und wieder fahren und merkt alle Striderie in Eng. So wenn du lesst von Bibelforsch und ich versitze und du wirst über ein Gerät wie wir uns tun was ist es ist ein überschuldig und all diese Dinge hier und was wir hier sagen können du wie Gott auch das verspärchen bekräft ich meine Ed so Gott kann sagen wenn die Menschen so kalt kommen und immer war Besitz gehen mir kann das so bekräft für sich Salz das wird stärker und kräft hier stehen so wie wir wieder sehen in diesem Versch dort stark stunden und bekräft dich wird um jetzt nicht zu bewegen dann wo wir in den 18 Versch lesen da sagt so sind du teuer lehr der nicht anderen willst das allmählich Gott liehen wird so in diesem Versch hat es sein so sind teuer lehr nicht das allmählich Gott liehen wird und dann sagt er wo wir viel Maut nehmen können und die Hupning teuer ist so als die Hupning ungeboten haben wir die Hupning fast ungenommen lehren in der Hupning in 1. 1. 1. Gott hat den Priester getult von der Doge war Ruf geraten die von den Veränder mit gearbeitet haben und die wollten dass wir nicht mit Salber oder Gold passiert Gott hat den Priester getult dass wir von den roff geraten sein So wir brauchen, wie wir sagen können, was heute hier sagen, dass es nicht mit selber Geld passiert, dass es mit Jesus im Blut passiert. Aber heute betont das für uns mit Christus im Blut im Leben, dass Gotteslohn und in keinem Sinn eingeschaltet wird. Und dass Gott gewählt hat, dass er heute in der Welt den Grund lehrt, ob es am Jüngern in der letzten Zeit für den Tag gekommen ist. So Gott hat dann all gewählt, dass Jesus ein Leben für mich und für dich, eurer Welt den Grund lehrt. Wenn wir in der ersten Mose lesen, eurer, als du die ersten Mose-Bürenst durchfälligst, wo du da angefangen hast, eurer Tod hat Gott all geplant, dass Jesus ein Leben für uns gegründet wird. Dass Jesus ein Leben für uns gegründet wird. Wofür wird es für uns, dass Jesus ein Leben für uns gegründet wird? Wenn wir das Bild hier sagen, sagen, I died for your sin, live for me. Was haben wir gedacht, dass Jesus das? I died for your sin, live for me. Aber von wem wollen wir leben? Wir haben den Priester getult. Einige von der Frau sagt, Du hast auch worum die in das Vertrauen um Gott sagen können, der Jesus von dort aufgehört. Und so eine große Herrlichkeit, ja, so dass Jüngen gelaufen und auch die Hoffnung in Gott ist. So wie wir sagen können, dass unsere Glauben und unsere Hoffnung in Gott bleiben können. In Psalm 71, Vers 5, Du wirst ein paar Farschen lesen. Du bist mein starker Hübnis, O Herrgott, auf die habe ich mich von jung und verlohten. Und die habe ich mich von Geburt und verlohten. Du hast mir mit meiner Mutter ein Lief getragen. Ich will dich immer loben. So, wenn wir das in den Bibelfarschen lesen, in Psalm 71, Willst du was meine starke Hübnis? Ich habe gesagt, Wenn es viele von dir sind, dort ist es genug. Und dann, wenn wir das wieder lesen, O Herrgott, auf die habe ich mich von jung und verlohten. Haben wir uns von jung und verlohten? Unsere Eltern haben uns von jung und Mama von Jesus verlohten, haben wir? Oder wie viele Mal haben unsere Eltern uns von Jesus verlohten, und wir haben uns von Jesus verlohten. Oder wie lange waren wir nach Lüren mit unseren Eltern nach Saal, die wollen vielleicht ein Tag noch sein, uns von Jesus verlohten. Oder wenn wir haben, dann werden wir das vornehmen. Wenn es hier so war, wenn wir hier lesen, und das ist falsch, und die habe ich mich von Geburt und verlohten. Du hast meinen Müttern ihren Lief getragen. Wenn es eigentlich du hier von dir aus sein, dort ist Gott seine genug. Wenn es von Gott seine Hunde gut verlohten hat, dann wird er nicht geboren. Haben wir uns gedacht? Wenn es wie geboren sind, dann ist es bloß Gott seine genug. Wenn Gott seine Hunde hat verlohten, dann hat er gesagt, du warst nicht geboren, dann warst du nicht geboren. Was wir sagen können, was für eine große Kraft Gott hat, wenn es zu einem an die Mütter ihren Lief getragen, dann wird er sagt, der selben Versch, ich sei für viele ein Wunder geworden, ob du bist für mich einen secheren Töpfluch. Er ist für viele ein Wunder geworden, aber der Herr ist an an seine sechere Töpfluch. Wenn wir in Pofferschen Meier lesen in Psalm 33, und Psalm 33, Vers 8 hin, du sagst, ob er der Herr hält du im Juh, der anfeuertet. So, jetzt sind wir bare, ich habe gesagt, wenn wir anspricht, den kann von Gott, und wenn wir am nicht feuertet, und uns am verlassen, du sagst, ob er der Herr hält mir im Juh, der anfeuertet, und der wird mit seiner Töpfluch geregnen. So, er der Herr hält du im Juh, der anfeuertet, der wird mit seiner Töpfluch geregnen. Er hält ihre Säule von den Tod raten, wenn er in der Hungerschnut am Leben holen wird. Anze Säule regnet mit dem Herrn, er ist unser Haupt in uns schuld. Uns Haupt und Hort freit sich in am, wie uns abzien in Helden nun verluten. Lut ihnen trü hat geläuf dun über uns sennen, und wie unsere Hüppling ab die Säule. So, hier wird der Psalmist von Reden dort, dort Lut in die Trü hat geläuf dun über uns sennen, und wie unsere Hüppling ab die Säule. 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 Wofür sagt wir unsere Hüppling ab Jesus? Aber wie der Polis redet, wir sollen nicht uns unter Hüppling holen, wo das sein ist. So, wenn wir uns ab der Hüppling bloß verluten, wo wir sein, und das ist keine Hüppling. Ich treue mal 25. Eine Hüppling wurde gerat, aber eine Hüppling, die eine sein kann, ist keine Hüppling. Warum soll einer Hüppling wie einer sieht? So, wir wollen eine Hüppling geraten, ob eine Hüppling, die eine sein kann, ist keine Hüppling. Wer hat Jesus sein? Wer hat Jesus ein lebendes sein? Warum glauben wir noch an Jesus? Das ist eine Hüppling. wir können sein, das ist eine lebende Hüppling. Jesus ist abgeschrieben, das ist eine lebende Hüppling. Wir können nicht sein, wir haben Jesus nicht sein, aber wir sollen das lebende Hüppling haben. Wir sollen nicht fokussieren auf Dinge, was wir sein. Und wir sein kann eine viel ist der Fall, aber wenn wir nicht sein, dann lühen, wie idyllisch du nu waren parents im Baby waren. Lühen idyllisch du nu? Ich glaube muss sagen, wenn Eltern im Baby waren und haben ein Baby getan, die lühen idyllisch du nu. Die waren in hospital fahren und sagen, hey doctor, wir haben ein Baby oder nicht. Take it out. No, die waren sagen, you know what, wir idyllisch ablühen, was in dach was geboren war. So können wir hier sein und das ist ein lebende Hübding, wo wir ablühen und fokussen dann. Das nächste Ding, was wir hier sagen in Hebräer, Hebräer Kapitel Vers 8 hin, wo ich schon lesen wurde, ein Fall nicht ändert, dass allmählich Gott liehen wurde, wo man wie viele Maut nehmen können, uns unter Hübding zu holen, der So es ist ein lebende Hübding, was ungeboren ist. Ich will die nächste Version lesen in diese Hübding haben wir als ein fokusser Anker von der Säule. So wir kennen diese Hübding haben wir als fokusser Anker. wenn wir die Anker kicken, wo das ist Anker. Anker bräuchten die auf Bütter nach vorn, würden den Anker rauf fluten. Ich will hier ein bisschen an Gedanken haben. Das große Schöpf wird unterbrechen und vor den Leuten nicht anker rauf. Wie wird das nicht? Das wird richtig. Das ist richtig. hustig wurde dort halten und die Anker rauf geluht und haben nicht gehalten. Einmal war wie ich war wach und wollte mich bequeren weil ich loote aus. Vielleicht kriegt man einen accident an und mich bequeren durch. Er steht anker rauf und wird hustig. Das bringt nicht rauf. Wenn die Leute anker rauf rauf wird te hustig. Es ging alle te hustig weil das te eng war. Anker wurde rauf geluht und wenn alle abrecht schochen wird, geht in den den riefen und hörte sich fast. Dann hörte sich fast und lefte fast. Das wurde anker gebrochen. Dann wir uns im Bild bekitten. Das ist Jesus für uns. Er ist der farste anker für unser Leben. Noch ein Bild was wir sehen in Kräne. Der größte Schaaf war in Kräne. Er ist der Pool ganz los. Er ganz docker in das. Wo der größte Kräne ist. Da die schwere Iser aufheben. Nein, es gibt einen Pool wo die stief und getest haben das Pool verdrehen hat und getest haben das Kabel verdrehen und die Ketten verdrehen und was getest war da waren Kräckbeuten abheben. Wenn wir uns in den Pool holen und Jesus Christus wurde vorstuhren und nicht am stauten. Ich habe Gedanken zurück und unser Denken und den Anker lesen hier an 19 Aparge haben wir den Vorste Anker von der Säule. Wenn wir Jesus in Anker haben und dort der Vorste Anker ist, dann würden wir schauen, wo ich lebe, das Leben ist nicht reich, das Leben ist nicht reich, all so die Dinge. Wir schauen, was Jesus sagt für uns, wo es, was biblisch ist. Ich besuche so viele Kochen in verschieden Hinsicht. Wenn Gott in Wut prädiert, dort ist der Grund von Jesus Christus. Nicht sagen, dass alle Menschen in der Quark Bahn sind, dort die wahre Böden sind. Aber wenn Gott in Wut prädiert, dort ist der Vorste Anker. Und den kann wir uns auch. Ich habe noch einmal in Psaum saß und dort fertig. Psaum saß und versah euch. Obe diese trüe Läu 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 O Her Obe Diene Trüe Läu Läu Her Rieck Bad Un Himmel In Diene Woh Het So Witt Os De Wal Gune So Wenn wir hier lesen und was Psalms hier sagt Diene Trüe Läu Der Rieck Bad Un Himmel Und Wo wir mit Jett fliehen Wir sind 38 Hü Läu 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 Krak So Witt Auf Wo Witt As Wo Trüe As Göt Zine Läu Der Sagt Diene Trüe Läu Rieck Bad Un Himmel In De Woh Het So Witt Os De Wal Gun Femmels Von Eman Jett Fliehen Dat De Wal Sagt Buh Den Jett Buh Witt As Göt Zine Woh Hätt Diene Vora Trüe Buh Un Woll De Gerächtig Hätt As So Os Dott De Diene Gerächtig Hätt As Os Göt Sin Buh In Diene Gerächt So Os Dott Dott Buh Meir In Du Hör Halbs De Menschen In Foi So Wenn Wir Hier So In Dott Fals Schicken Woffel Gott Hätt Hätt Wo Göt 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 Sin Läu S So Dott Dott Buh Meir In Wider Was Besonder Was Wollen Denken Wo Witt Himmel Regen Dott Wir Kicken Und Hör Und Wir Seien Himmel Läs Bis Hört Nicht Wir Können Seien Bis Bleiben Wann Wann Wir Seien Hört Fliehen Und So Bleiben So Wann Noch Hört Göt 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 S In Acht Fals Du Hast Viel Wird Du So Läu Die Menschen Kommen Und Uner Dien Fliecht Und Schotten Entschuldigen Stöhnen So Die Menschen Kommen Uner Fliecht Und Kommen Stöhnen Aber Die Fehl Schotten Dann Kommen Uner Fliecht Und Räven Der Nächste Fals Rät Von Die Er Jassen Säk Und Groten Verrott In Dein Hüß Und Du Göt Von Ström To Dränken De Die Fals So Die Er Hüß So Wann Wir Dränken Vårt Assen Hüß En Göt Sin Tempel Bohnen Wann Göt Sin Tempel Sähen De En Ons Fann En Leven Ström To Dränken Geben Det En Säk Wart Den Geben Vot An Gefallen Det So Vi Kan Dote Ne Vot An Vot Gefallen Wo Wir Sähen Gott Dät An Stößen Wann Wir Hier Hebräer Kapitel Tien Wo Wir Sähen Kann Wann Hebräer Kapitel Tien Da Sähen Der Hübning Ein Lebend Ein Lebend Hübning So Wann Wir Sähen Kann Und Dessen Falsch Und Wann Wir Sähen Sähen Kann Dessen Bild Wann Wir Sähen Kann Gott Hüb Gemerkt Wann 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 Wir Gön Wann Wann Wir Schüßen Wann Wann Kann Das Städte Ball Alkohol Sähen Können Uns Betrinken Wann Wir Wann Wir Können In Hall Leben Trinken Wann 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 Gäste Leben Wann Klor Und Herrlich Wann Und Schön Wann Wenn Wir Den Bild Hier Bekicken Wir Wir Lassen Wir Gedanken Nehmen Bild Du Wann Meine Liebe Brüder Wir Haben Durch das Blut Von Jesus Die Freiheit Gekriegen Durch Die Verhang In Allerherlichste Nange Gehen So Wie Du Hebräer Kapitel Saß Vers Find Ich Lesen Du Sag Jesus Gehnt In Ander Städten An Jesus Haft Betult Sein Blut Gehnt In Ander Städt Wie Kann In Allerherlichste Ang Gehen Wenn Wir Denken Die Priester Können Das Einmal Gehnt 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 Alle Menschen Und Gehnt Gehnt Aber Wie Gott Können Seien Die Amawara Amawara Müssten Verkommen Städt Gehnt 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 und eine Sendungsvergebung, das Klitschen lud. So, da haben wir alle Herrlichsten angeboten. Und wenn ich das Fall sage, Jesus selbst hat uns durch den Opfer von seinen Körper, den nie in dem Leben war ich, nur Gott hat ihn aufgemerkt. So, wir können uns schießen, wann wir den nie in dem Leben waren, oder wann wir mit dem Leben waren. It's okay, for me. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir können uns schießen, und wann war ich, wann war ich, weil wir gehen. Und es wäre sehr wichtig, was ich jetzt schon sehen würde, sagen wir, wir wollen nicht den Promis sagen, von dir und, weil ich weiter für Jesus lebe. Wenn wir keinen kleinen Sekunden sagen, wir waren weiter gekommen, von dir denken, dann folgen wir uns so, naja, wir sind ja nicht schwer. Das hält ja nicht an mit mir. Und all diese Dinge, die kommen dann ab, und dann folgen wir uns so wenig. Es wäre sehr wichtig, dass wir uns nicht den Promis sagen, aber wir können in Jesus nur folgen sein. Doch wir können du sein für Jesus. Und in 1. Versuch, und so haben wir einen großen Hühnpriester über Gott in unserem Haus, dann wollen wir mit wahrhaftig und abbrechen Horten und falschen Glauben und Gott gehen, mit gereinigten Horten und losfunden bösen Gewäsen und an den Körper gewaschen mit reiner Wut. Weil wir durch den Fuss holen, die Hübungen und dort untertwiebeln, weil es die, die uns verspärken und die von Astrid. Jesus hat dort betont, dass wir keine lebende Hübungen haben und sagen, dass wir untertwiebeln unter diese Dinge und nicht trockenen Twiebeln haben, auf das Denken. Wir können in der Pfosten wieder gehen. Verschuldig, wenn ich sage, weil wir Top holen, uns unter und sporen und gute Wurken läuft bewiesen. So wir können in gute Wurken läuft bewiesen. Immer war ein Abhalten, dessen Leben war ich auf Gott gemerkt. Witz hat das betont für uns. Wir haben noch in Kallassa 22 gesagt, dass Christus hat den körperlichen Tod mit Gott taub gebraucht, und den herrlich schuldlosen Hand zu stellen. Ich sage jetzt in einem Bild, mir wird das Bild verfolgt. Wir haben jetzt das Geuse in arms wie in der Stadt, und die Menschen gegen die Ewa. Die Brege, wo Jesus seine arms ist und die Menschen können über die Brege gehen. So wir alle über die Brege gehen. So wir alle die Tritt gehen. Wir wollten, dass wir in Hamilton sein. So auf dem Leben war ich auf gemerkt. Und im Schluss Jahr bin noch auf Heuse ein. Wenn Jesus hat von uns gestorben, wird Gott seine Leut. Gott hat so eine Leut für uns Menschen. Dort will er, dass wir nie geboren wurden. Wenn hier in Epheser Kapitel 1, Vers 4 sagt, wenn Gott seine Leut für uns hat, hat er so angereicht, dass er uns durch Jesus Christ auch nehmen will, aus ihnen in den Kängern. Nun können wir nicht ohne aus ihnen große Genug leben, die uns auf die Zukunft leben, durch den Leut von Jesus Christus. Durch Jesus, der sich im Blut gegevt hat, sind wir lustig gekauft. In uns sind der Sinne vergeben, durch die Grote Genug, die in uns Leben nennen können, in uns die Üben für die Wahrheit aufmerk. So, nun habe ich ihn mit Freion, hier so, auf den 7. Verschworten, durch Jesus, der sich im Blut gegevt hat, sind wir lustig gekauft. Sind wir lustig gekauft? Sind wir, wenn Gott das lustig gekauft hat, oder kicken wir noch so leicht in unsere Dinge, sagen wir, Jana lebt nicht reich, und du lebt nicht reich. Wenn wir mit Jesus im Blut sind, lustig gekauft, dann sind wir, sagen wir, dann brauchen wir nicht Freion, so ist wir lustig gekauft. In der nächsten Verschrift, wo wir reden, in uns sind, der Sinnum vergevt durch die Grote Genug. So, das ist die Genug, das wir hier von dir sehen. Das ist Genug, das wir hier in der Tüskern sehen. Und alle Menschen, die wir leben, das ist Genug, und die Leben. Und dann sagt er wieder, da ist uns das Leben, und da ist uns ein Leben angekommen, und uns die Jungen für die Wahrheit aufmerken. So, Paulus hier wieder von reden hat, da ist uns die Jungen aufmerken für die Wahrheit. Da ist ein Kind, wo die Wahrheit ist. So, und ich sage, wenn Paulus hier von reden hat, da ist ein Kind, wo das Wahrheit, und wo das nicht wahr ist. das Wort vom Jes, aber das nicht vom Jes. Und Gott hat uns seine geheimen Wolken, den dort sich fein umhaut, der Christus vor den Tag zu bringen. Und seine bestämte Tät, ich würde hier sein, dann würde heute alles, was im Himmel, und ob ihr es, und ihr ein Hopp bringen, und das Christus. Ich kann wahrer sagen, wer alle und ihr Sinn Hopp ist, und ihr Christus Sinn Hopp ist, dort wird alle und ihr Sinn bringen. So, wie es so wird, fällt es. Da möchte Herr sich in Wutzehnen. Ich darf noch ein Hopp nehmen zu beten. Himmlisch, wir können bedanken dir für das Mal, und wir bedanken dir für das Wut, das wir hier sein können, besonders hier in Hebräer, wenn wir hier lesen, das Anker, das wir hier sein können, das Hübnis auf unserer Säule. Wenn wir mit Jesus Christus und am Pfost sind, dann können unsere Menschen wirklich nicht sein, dass wir wachsam, dass wir verloren sind. Viele Menschen, die noch nicht ungenommen haben, die glauben, dass es bloß von vielen Jahren und unsere Dinge, woher, wir können das immer sein, wenn wir unseren Anker vorstauen, wenn wir vorstauen und den Arm, und den Wut wiederbringen, und ein Tag wird kommen, das ist der Trab, hier so, er wird vorhandelt, und das abholen, und das Anker schläuten sie auf, und auf einmal höre ich, das wird zu laut. Und ich behebe für jeden Einzelnen, wenn ich war, geboren, und wenn ich das Klo habe, hake diesen Anker, hake den Räumen, wenn mir etwas fehlt. Habe diesen Gäuse in meinem Hör, wenn mir etwas fehlt, ein Tag. Wenn ein Tag wurde, wenn ich war, kam, für viele Menschen, die nicht ungenommen haben, ich habe das Anker gebrochen, ich habe einen Nerv mit über den Anker und Jesus Christus haben, wenn es genug ist, wie wir sind, wenn es genug ist, wie wir leben können. Und wir können uns von dem schüßen, ab wo wir wollen gehen, wo wir auf den Däuden gehen, wo wir in der Hall gehen, wo wir sein können, wo wir sind, wo Alkohol sind, wo wir sind, wo wir in der Hall gehen, wo wir in der Ich glaube, jeder Einzige, in diesem Ruhm sagen, wir leben auf den Leben in Jesus geht. Und ich bete wir alle, wenn wir so Dinge haben, wo wir nicht rüben haben, wir können das rüben. Herr, beden in Dein Numen. Amen. Gott bless Sie all.